hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier hier was ja jetzt wie ja aus wir müssen repariert ich habe sachen gebaut die pflege die eisen pickel oder vorräte wasser wird auch da es reicht noch nicht aus aber wie gesagt ein bisschen gefährlicher schon haben wir hier aber ich habe drin entscheidet habe hier eine tür wieder eingebaut tür dann habe ich hier offen habe hier was er genommen wollte immer gehen laufen da habe ich ihn auch weg genommen wurden habe ich ganz kurz probiert ganz gut ich will tiefer nach eisen suchen also unter der erde das wäre ja praktisch von haus weg geht unterm berg mal gucken was wir als alles prinzip hier lassen könnte ein kleiner prinzip deine das müsste normalerweise auch hier bleiben können so ja für die pistole brauche noch kleber das reicht nicht wasser erstmal nur kleber herstellen kann warum wasser das reicht schon trinken gerade so naja ich werde mir jetzt hier eine aufgabe erfüllen und die ist ja irgendwo direkt die aufgabe und sich die aufgelöst das wäre nicht so schön dann fahren wir zum händler das hat sich nur gelöscht also ging weg da hier unser fleisch ist da das kann man nicht mehr entgehen lassen wir haben können vielleicht erst einen ohnebruch durch und bekommen bei bei meistens und so ist natürlich war der durst programmiert dafür durstig wenn auch ein zombie gewesen so im ende die tieren nicht so gefährlich beim bildschwein ist anders da sind zwar nicht direkt auch nicht weg dieser andere vorteil klar mit der christ auch nicht aber wie gesagt man muss ja nicht unbedingt schaden neben dem körper an leib und leben bäume wachsen ganz gut neuer gepflanzt das ist nämlich ganz blöd wenn holz immer so weit laufen muss muss ja nicht sein bis jetzt halb zehn wie gesagt ich mache einige folgen voraus wo geht es wieder am ikarus weiter das ist leer da war ich drin gewesen dann ne ls gucken ich habe teilweise aktualisiert ob das noch funktioniert 2 2 was über der pflege also hat da noch ein bot dazu gepackt zwei stück tut mir leid doch nur einer ja so ein dinger mit schrott das kannst auch vergessen um nicht zu sein macht nix gleich machen wir lernen wo ist er ich lasse vier herstand also gut je besser umso besser da haben wir den kleber davon gucken wo man reingehen kann ne guten tag sagen tag mit der achsen picken nicht Schläger die Pistole wäre zu einfach wenn man eine Munition nicht selber herstellen kann werde ich auf Gewehr hin und annehmen wenn das notwendig ist weiß kuchen kochtopf das habe ich mir noch viel gesucht ach man muss ich erschrecken ich hoffe dass es bei euch nicht zu laut ist ich glaube ich bin es auch zu laut ich bin jetzt minus 1,7 hatte nämlich äh 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 3 4 3 3 3 über windows war wieder mal auf die 80 prozent dann ist es hier zu laut aber zu leise 333 wurde immer ganz kurz und ich brauche keule mütze bücher jetzt wird aktiv das ist schon mal zu sehen dass er held bei ihm schon mal was bringt aber nicht so viel das ging früher nicht früher muss man praktisch die tür weghauen meine kiste fertig fertig schön ob alles schön suchen perfekt irgendwie kriegst du noch weiter hohen frieden ich bin nicht bessere sachen gewöhnt ich habe aber gelernt auf jeden Fall kommt die Schreierin jetzt und mütze ich ein das Problem ist nicht die Schreierin das Problem ist dass zu viele werden 1 2 so naja für 40 Eisen Baseball da muss was kommen Sektion aber wir haben Honig und alle Biotika bis 5% geht Honig aus Schirr Schirrwunde das habe ich schon vorher gehabt habe ich 3 Punkte das passt noch eine gute Knochen 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 Kleber wenns Wasser reicht das war unser Ziel das war unser Ziel ne ich hätte nicht also wer mitmachen möchte rein theoretisch ist möglich muss aber so sein dass man da sich einig ist ne also 4 mal nachdem für oh Eisen ist ja das gut das können wir auch zerlegen ich du auch alles zerlegen Steine raus oh das ist noch nicht mehr hin 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 das ist nicht so gut das bin ich gar nicht gewohnt Wasser behalten wir neben raus Blei ja Sand weg Papier weg Schiene Gips das das bis mal die Tonic Wahnsinn drei punkte dann wieder hier bodybuilder leben oder die stärke wo wir ihn gleich mal auf haupt dass wir halt die dinge bekommen für die werkbank das ist schon wichtig mein probel spiel stand da bin ich von der oben irgendwo gefahren musste immer erst hierher fahren vielleicht kommen wir immerhin das ist immer günstiger theoretisch wo wir haben wir was zu lesen hier wenn man hier immer theoretisch geht am händler zu hause ist man kann nur kurze wege man geht hin und die aufgabe anfangs zu fuß und dann er auch mit fahrrad ist dicht bei besser als mit weg ist man hat ja immer volles gepäck zurück man will es ja nicht wegwerfen aber ein kilometer fahr mehr plus zweimal oder ich war nur ein bisschen wachsen die sind noch nicht ausgewachsen da wird es noch mehr später ist ja so dass wir mehr die kiste kam an sie haben wir den neunten tag guck dir morgen wieder ja wie gesagt mit machen absprechen über discord discord link gibt es bei bei ls hier ein rein machen aber sehen soll damit absprache sein fahrrad draußen warum wo wenn man den laden dicht macht ja um die zeit zwar nicht aber macht ja man den laden wenn ich spät dran erwähne gerade die aufgabe angenommen vielleicht dann macht er den laden zu und dann bin ich draußen das fahrrad drinnen das ist gut das sind meistens 6 abholen vergabene vorräte befallene seite und zwar lange folgen aber gut ist ja natürlich essen ist ja wissen mehr spannung bei weiter für werkzeuge wir wollten ja eisenwerkzeuge oder stahlwerkzeuge das haben wir was gemacht für bögen und bögen ist so wichtig dass die rüstung ist auch wichtig das haben wir entweder am fahrrad reinbeißen was wir halt stapeln können das ist ja auch ein weg fast da ist kohle polo und blei brauchen wir jetzt haben wir noch nicht bekommen gucken muss ich da noch eher noch bei starten ist um das zu bekommen auf jeden fall brauchen wir näher viel benzin muss ich mal schauen wo das die wüste ist und dann die schiefer anzukommen das kann man dazu packen klebeband 3 und mir kleber auch hier das ist auch woanders auch woanders im auto beim auto spieler genauer an wer durfte der bursche ist das aufkommt das packen wir mal rein stoff stoff später was bauen wollen also garten mäßig wasser wenn wir gleich mal kein holz muss ich mal nachts bitten das sind manne ja auch besser jetzt muss ich einen wegnehmen das ist immer zu eng wo ist das hier dings hier die schweine sind wir sind weiter her oder war ja vielleicht auf stupe 3 der muss dann auch nicht ganz rein aber hier gibt es super weiß aber ich kann da nicht gut vermehrt das ist das einzige problem wenn da wie gesagt richtigen zeitschriften finden man kann doch nicht alles zur gleichen zeit beitschalten das ist ja halt so 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 haben wir schon mal drin nein wir waren schon mal nicht drin der erdigt so 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 wo die ist sauer gewehrteile ist auch gut am meisten fehlt immer ein oder zwei teile da kommen wir nicht durch das ist so heiß paul paul noch mal auch kann man aufgehend am strick wie komme ich da runter und das war die olle aber sieht gut aus würde sagen blind das beim trinken noch wissen was wäre das umsonst gewesen kommen darunter auch nicht lebendig das hätte ich jetzt gerne mal gewusst wie das geht ein theoretisch normalerweise wird auch gehen zumindest wir können auch kriegen auf die habe ich gewartet das ist so far wo ich sage da kann man sagen wo ich da hin müssen keine keine fluchtigkeit kopf das erste das kann ich verwenden noch so ein teil die eigene rüstung nachher wozeit 15 uhr nur warten bis später war lieber nacht erwarten das können wir auch leicht erreichen so enttäuschend ne sonst wäre es halb so wild aber ich sage das ist ja das ist mauer enttäuschend das ist mein auto das können wir noch rein tun das zum beispiel das kann man weghauen das können wir leeren das können wir auch leeren das können wir auch leeren alles bauen kannst du gar nicht ne aber ja vieles alt die schöne eisgegend also wenn du fleisch brauchst papier ein buch dabei okay okay lustig besser wie nix ne noch brauchen wir keinen schießpulver ohne werkbanger das ist auch nix wo ist knie getroffen das blut spritzt das ist auch wichtig für ein dingster hier na sag schon gibt es auch keinen weg durch normalerweise wisst ihr jetzt nicht also nix was jetzt irgendwie gehen würde von sich aus hunger das muss nicht sein so noch ein buch und das noch ein noch ein buch nacht tschüss so das mal über tür zu bitte da reinlaufen unten abseh tschüss 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 naja kann man mitnehmen gehen wir nach oben über den dachboden muss es aber nicht gehen das war nicht ganz dicht aber das ist besser geprüft wie jetzt bei menschen würde ich behaupten dann ist ein skandal kommt dann ist der konferenz dann geht nur pleite so ist das halt genauso wie tierarzt hier hat das auch besser ausgebildet unser pferd kostet millionen unter umständen beim menschen ist es kostet nix von der sache her als andere ist teuer wir sind scheiß täuschen lady und das sind sauber was schönes was zu essen ja der ist ja verschlossen wenn man hier oben lang geht wo ist das was dahinter sogar aber der typ ist dahinter muss ja eine gute rüstung haben aber der jemals der krisp kann nicht kaputt das lohnt sich sogar nicht wo auch nie mehr regnen gut haben wir es ja ab zu händen noch mehr bücher gehabt und dass wir so ein sauberter 18 uhr schaffen lange folge heute das ist ja nicht so schlimm oh mein fleisch aber hat man genug da hat er stufe 3 hier rechts alleine schon ganz gerne in dem munition selber hergestellt um genug zu haben vielleicht auch schon die andere maschinengewehr die akk 47 kalaschikow die schießt halt immer wir nicht zu hause ran fahren wir müssen gleich haben das gleich hinter uns geht sogar aus dem licht da habe ich gesagt jetzt geht das los bei mir unten reingraben nach hohstoffen von außen absichern soweit wie es geht dass man einer kommt das nicht gleich rein pflichte zur not umhalt da haben wir kein beton haben zumindest mit ziegel da brauchen wir es länger für fahrer drauf lassen halb sieben das geht aber noch normalerweise so mal gucken die belohnung davon hat es noch platz gepäck platz haben auf jeden fall das geht raus dann passen drei dinge rein doch der schlagmann oder bekitzt das oder kleber oder munition schlagmann nicht mehr das klingt ja nicht so schnell befallen beseitigen wir haben gut und wir haben bekommt level 15 und ist gut so habe nach hause und ich sage schon mal schüttelt auch ja auch dank für fleißig rennton ja morgen geht es hier weiter hier verzeihungs oder die tschüss WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR